Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften Antoninas war ihre Entschlossenheit, innerhalb ihres Hauses Spiel, Tiere, Bewunderung, Neugier und eine riesige Portion Unschuld zu bewahren. Dazu gehört eine ganz besondere Tapferkeit, die zu Kriegszeiten nur selten anerkannt wird. Während Rabbi Shapira predigte, man solle über die Schönheit, die Heiligkeit und die Natur meditieren, um über das Leid hinaus zu wachsen, füllte Antonina die Villa mit harmlosen Ablenkungen, mit Kaninchen, Hunden, Adlern, Hamstern, Katzen und Fuchswelpen, die die Menschen in eine zeitlose natürliche Welt hineinversetzten, die für viele zwar gewohnt, oft, aber auch neu war. In der einzigartigen Atmosphäre der Villa mit ihren besonderen Abläufen konnte man eine Weile zur Ruhe kommen, während sich die Bedürfnisse und Rhythmen der verschiedenen Spezies aneinander anpassten. Draußen gewährte einem dazu immer noch den Blick auf Bäume, auf den Garten und auf Vögel. Und wenn es dunkel war, beschloss man den Tag mit Klaviermusik. Diese sinnliche Mixtur wurde immer wichtiger, je mehr Gäste kamen und von der Brutalität der Nazis berichteten. Und die Jabinskis nahmen sie auf, unterstützt von geheimen Gruppen und Kontakten, darunter einige sehr merkwürdige, wie Irena Sendler es beschrieb. Als Tochter eines christlichen Arztes mit vielen jüdischen Freunden erfand Irina Sendler ihre Position im Sozialamt neu. Sie suchte sich zehn Gleichgesinnte und fing an, falsche Papiere mit gefälschten Unterschriften auszustellen. Über eine erfundene epidemiologische Gesundheitsstation verschaffte sie sich auch einen Passierschein ins Ghetto, angeblich, um dort infektiöse Krankheiten zu bekämpfen. In Wirklichkeit schmuggelten die Sozialarbeiter Nahrungsmittel, Medikamente, Kleidung und Geld hinein und befreiten gleichzeitig so viele Menschen wie möglich, vor allem Kinder. Dazu mussten sie erst die Eltern überreden, ihnen ihre Kinder mitzugeben, die sie dann hinausschmuggeln mussten, in Leichensäcken, Kisten, Särken, durch das alte Gerichtsgebäude oder die Allerheiligenkirche und sie dann in katholischen Familien oder in Waisenhäusern unterbrachten. In einem Einmachglas, das Irena Sendler im Garten vergraben hatte, waren Listen mit den richtigen Namen der Kinder, damit sie nach dem Krieg wieder zu ihren Familien zurückkehren konnten.